Musik 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 Jens, bist du okay? Und ich bin immer noch nicht. Was hast du gesehen? Viel Spaß. Aber ich kann es ziemlich einfach durchlaufen. Der Signal ist sehr stark jetzt. Er gehört zu Sludge. Sludge? War er nicht auf Grimlocks Team? Warum wäre er da unten drin? Ich bin nicht sicher, dass er aus der Wahl wäre. Warum? Ich nenne ihn Sludge. Sludge. Ich habe Sludge gefunden. Ist er funktionierend? Er ist ziemlich gut. Und er ist ein Station Slug. Ich habe genug Energon lefte für ihn. Bingo! Stopp your whinings, Sludge. Diese Dinge haben uns über die Überraschung. Grimlock, wir brauchen Sie für ein Backup. Es ist kein Backup Slug. Optimus weiß nicht, dass wir hier sind. Sie sind zurück. Und kommen zurück. Es sind zu viele davon. Es sind zu viele davon. Und ich kämpfe. Ich kann es nicht hören. Ich habe zu vieles. Ich habe das Gefühl, der Schreie. 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 Ja. Das wäre es. Der Schreie. Der Schreie. Der Schreie. Die Folge habe ich ja. Ziemlich versaut damals. Denn ich habe die hochgeladen. Und unterm Hochladen habe ich die Folge gelöscht. In irgendeinem dummen Moment. Ich weiß nicht wie ich das geschafft habe. Ja, ich muss halt warten bis ich es durch gespielt habe. Damit dieser Jackpagne wieder frei ist. Sonst hätte ich mein altes Safecam überschrieben, wo ich in der Kampagne dann schon an dem anderem Punkt war. Deswegen musste ich warten. Tut mir leid. Aber jetzt seht ihr ja, was in Episode 6 passiert ist, nachdem Chris Klan vor die Bombe gezündet hat. Was war das? Oh, ein Sektikon. Nice. Oh, der ist schon tot. Da muss ich Jess zustimmen. Die sind nicht wirklich hübsch, die Viecher. Gehst du weg. Aus. Die sind große Käfer. Die sind so groß mit dem Auto. Ja, das wirst du gar nicht sehen, Cliffjabber. Weißt schon, was ich sehen muss. Ah, da ist er. Was ein bisschen schade ist bei Jess, ist die Tatsache, dass man den Grapplerhooken als Waffe einsetzen kann. Das wäre doch cool gewesen. So eine Art Laser-Lasso oder so. Hä, wir brauchen einen Exit. Ich glaube nicht, dass das gut ist, was ich jetzt gemacht habe, oder? Oh, das geht auf Zeit. Ihr seht es oben in der Bildschirmmitte. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt gemacht. Jetzt geht die ganze Anlage in die Luft. Oh mein Gott. Da kommt immer mehr als The One. Oh, genau. Es sind nur noch ein paar Zehntausend, ne? Ach, du Heiliger. Ich hätte den Deckel drauf lassen sollen, wo immer das ist. Oder was das ist. Was ist Cliffjumper in Schwierigkeiten? Nee, komm, der kann sich... Der kann auf sich alleine aufpassen, das passt schon. Nein! Oh, ich komme runter. Nein, es hat gezählt. Es hat noch gezählt. Gott sei Dank, ich bin nicht gestorben. Ich würde mich aber trotzdem vielleicht ein bisschen mehr eilen. Ich werde jetzt sagen, wir hauen von hinten. Ja, oder? Wäre das nicht die bessere, klügere Entscheidung? Sich auf den Staub zu machen? Was? Kein Zugang? Ja, egal. Ich mache meinen eigenen. Zap, zap, zap. Was muss ich mir durch? Jazz, schau. Hey, es ist füllt mit rohen Energie. Jazz, das könnte der letzte Reservoir auf der gesamten Planeten sein. Die Septicons sind hier erst. Ich hoffe, ich werde dich nicht versuchen. Komm, Cliffjumper. Wir müssen uns gehen. Oh mein Gott, den ganzen Seephal erinnert schon. Das könnte unser Leben retten. Und die Septicons schon hier waren. Könnte das... nichts Glückes bedeuten für uns. Ich meine, ich will nicht wissen, was rauskommt, wenn der Megatron zu viel Energon hat. Oh. Ja, den Turm, den kennen wir. Oh, oh. Tanzt von mir, ich mich und die Art und Schreiber weiter. Das ist es. Jazz, jazz. So geht das nicht. Irgendwie stecke ich da gerade fest. Jetzt rein. Cliffjumper, we got company drop in there. Ich glaube, nichts gegen Gesellschaft, aber diese Gesellschaft, die mag ich nicht. Danke, Cliffjumper. Diese netten Worte. Wenn sie auf dich schießen, habe ich Freibad. Ha, ha, ha. Aus so einem Kollegen brauchst du keine Feinde mehr. Der ist beides in einem. Schießt du etwa die Raketen auf mich? Was war denn das? Oh, oh. Schön wegbleiben von mir, Jungs. So, wir gehen mal hier rein. Das ist ein riesiger Roboter. Tatsächlich. Mist, ist das Ding versperrt. Oh, oh, oh. Und tschüss. Ich kann meine blöden Sniper-Ref und lasse ich mich einfach kein Nahkampf sein. Ui, 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 ui. Ne, nicht den Autobot. Der hat euch gar nichts getan. Der Autobot ist groß so. Ich kann da nicht auf den armen Autobot schießen. Das geht da nicht. Yee-haw. Hey, 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 hey. Vorsicht, Jungs. Vorsicht. Zaki, zaki, immer mal gott, das Gebiet gespumpte. Passt ja, die führt zu. Ich bräuchte mal wieder eine andere Waffe. Oh, Sicherheitssystem. Ich glaube, ich bin der Eindringling, ne? So, ich würde mal sagen, wir holen uns ein paar andere Waffen. Ist euch schon mal aufgefallen? Dieser Talent von 1, der begrüßt jeden Roboter, der hingeht, individuell. Jeder hat einen anderen Spruch. Äh, wir nehmen die Gatling an und... Nochmal eine Gatling an. Ne. Slingshot? Ah, das ist die LC-Waffe. Ah. Ja, blöd. Nehmen wir den Scrubmaker noch mit. Dann habe ich ein kleines MG und ein großes MG. Das Tolle ist auch, wenn du die schwere Waffe ausrüstest und dann hüttest du ein bisschen auf die linke Seite. Steht er gerade? Steht schief. Ich finde die Waffe ein bisschen zu schwer, ne? Oh, ey, passt schon. Jess, da ist ein Service-Tunnel auf der farben Seite, wenn du es kannst. Cancel die Negativität! Ich kann sagen, was heißt wenn? Jess, es ist wie ganz. Komm weg! Ich bin wichtig. Ich bin hier, du! Irgendwie bin ich hier falsch, kann das sein? Ach, da sind sie alle. Okay, ich werde jetzt alles für eine Granatik machen. Na ja, passt alles. Ich bin hier alle, was ich alles kann. Nein, ich seh nix. Ah! Sie sind nicht mehr auf die Seite gesprintet. Gesprungen. Ausgewichen. Ja, 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 kennen wir. Lass mich durch! So, lasset mich doch durch. Ja, die macht schon andersrum, die Knarre. Ja! Da brauche ich fast keine Schüsse. In der größeren Karte geht das um einiges einfach. Jawohl, alles kein Problem. Haha, so muss das. Pack einfach die große Knarre aus und nix kann dir passieren. Wunderbar. Ja, Jess ist schon gut. Ja, da gucke ich ein bisschen, was mir lebe. Oha, Gefechtsplattformen. Wir bauen da die Gefechtsplattformen zusammen. Das kann nix Gutes bedeuten. Ich will gar nicht wissen, was die machen, wenn die auf mich schießen. Ich schleife mich da mal weiter durch. Das ist, glaube ich, intelligenter. Toll, diese kleinen Trümchen. Oh! Autsch! Schrapp! Ich dachte, das würde halten. Dein Kopf war zu groß. Da kommt irgendwas nach unten. Ich glaube nicht, dass das gut ist, was ihr durchgeführt habt. So ist es auch. Hauptsache Decepticons. Na, komm aus deiner Deckung. Vielleicht sollte er mir dieses Schwert-MG aufheben. Bin mir da nicht so sicher. Hallöchen! Oh, tschüss. Oh! Neben mir. Ah! Ah! Ganz ein blöder Shotgunner. Oh, oh. Okay. Okay. Große Sprüche, aber nix drauf. Aua. Was muss das denn sein? Warum können die Granaten werfen und ich nicht? Das verstehe ich bis heute noch nicht. Ich habe auch Granaten. Es gibt noch mehr, deshalb die Gunster mache ich doch mal. Die Biege mache ich doch da. Das ist mir nicht zweimal so. Warte, jetzt kommt mal hoch. Oh! Was? Mit Cover? So, mal gucken, wo es hier hingeht. Oh! Oh! Soll ich mal eine Sniper-Ravenue nehmen. Ah! Da ist er! Einer! Zwei! Nummer drei! Ach! Cliff-Shine, aber ich dachte, das wäre jetzt cool. Muss noch irgendeiner sein. Nein, immer noch nicht. Nein, die waren ja auch nicht. Der sehe ich nicht hin von hier. Wo sitzt er denn? Ist jetzt keiner? Echt? Ach, da ist er! Den zieht man ja fast gar nicht. Genau, Cliff-Shineper. Lass dir mal Zeit, hey. Wir sind ein Team! Warte, ich will es noch nicht. Kann ich angehen, so weit. Uah! Strom. Das hat dich für nicht gut. Oh! Oh! Gib mal diesen blöden Sniper! Ja, du hast eine Rakete, aber ich habe ja ein Sniper-Problem. Oh, der, da ist er. Tschüss. Ach, die Jumper, die gucken eh so schön aus der Deckung. Schieß doch einfach. Da könnte doch gar nichts passieren, da zeigt Bam weg. Da ist noch einer, oder? Jawohl. 100% Locker an, abdrücken, Molfühl. Der Grappler kommt in ziemlich handig. Ja, ich will mich daran erinnern, dass du nächstes Mal in der Invisibilität bist, statt zu kämpfen, wie die restlichen uns. Da ist es, die Tauere, die wir von vorhin gesehen haben. Ich bin schon ziemlich nah. Ja, kann ich machen, Cliffjumper. Ich mach dir die Tür auf, ne. Wäre ja nicht so, wäre ja nicht. Oh. Ja, und der andere Weg führt uns durch ein kleines Metallgitter. Ich weiß nicht, wer es schlimmer hat, ich oder er. Ja, er bei den ganzen Viechern, ich bin in einem Operationssaal. Na wunderbar. Und was hat Shockwave hier rumoperiert? Will ich das wissen, weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage, was da so speziell dran sein soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es unendlich viel Energon. Vielleicht gibt es unendlich viel Energon. Was ist das? Never forget that I am in charge Shockwave. I suggest intent and you'll visit here. What? Yeah, you jumped into that one. Fools, you ruptured the fuel lines. I must repair it. Insecticons, deal with the Autobots. Insecticons? I'll deal with them. You hop on that console. Whatever Shockwave wants to fix. We need to break more! Oh! What? I'm still in! Insecticons! Insecticons, I can't even see the other one with the system. Hurry! Get out of my time! 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 I will not be with you! I will not be with you. I will not be with you. Oh! I will not be with you. Get out of my time! You worry about you! I am worried about you! I am worried about you! I do not be with you! I will not be with you! I will not be with you. Das geben wir jetzt immer noch. Geben wir Ende noch. Einmal, einmal, einmal. Gib, 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 gib. Ja, das ist ein Supply-Depot auf meiner Seite. Keep them coming! Ne, da kommen sie wieder. Treffe ich aber nicht. Ups! Jetzt sind wir die Minen ausgerutscht. So was. Ich hoffe, ich habe keinen verletzt. Weil mir das bei euch ziemlich egal ist. Was, was, was? Oh, da kommt noch mehr. Da sind sie ja schon. Das sind verdammt flinke Dinge. Ich habe mich nur nicht umzingeln lassen. Das ist so schnell weg, dass ich gar nicht mitkomme. Attention! Was ist denn das? Schockwaffe, das ganze Arbeit geleistet wird. Schnelltödlich und effizient. Soll ich es gewohnt sind, ne? Das mag man ja schon. Das mag man. Geht schon wieder die Muni aus. Ja, mach mal hinterher. Was soll denn da? 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 Da gibt es nichts Brauchbares. Ah, super. Oh, ganz verdammt hängt da eine andere Waffe. Gib, 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 gib. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, nicht noch mehr von denen. Lass mich noch alle hinruhen. Gib, Jumper, hilf mir. Tu mal dann. Ja. Ja, das werden immer mehr. Ich hab nicht, dass wir das aufhalten können. glaub ich. Ja. Ich treff mich nicht. Hör zweifel. Die sind aber auch aufdringlich, oder? Da bilde ich mir das ein. Weiß ich nicht. Ja, Kernschmelze. Genau. Oh. Ich würde mal sagen, wir hauen von mir ab, wut. Eleftchumpernachbier. Zeit, um zu gehen! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und weg mit uns! Vielleicht wieder die Zeit. Haha, versuche ich uns ihren Arsch zu retten. Das ist sicher. Lasst mich durch! Ich bin cool! Oh, die Walfe geht jetzt so. Sideswipe! Sideswipe! Get us out of here! You guys have been busy. Radio Prime! We got big news. An entire reservoir of pure Energon? I've looked at me. There's enough here to power the Arc and get us off Cybertron. Jazz, mark your position. I'm sending in reinforcements. But how do we bring all that Energon here? Pick our walk-in city carrying back! No. Our friend Metroplex must stay and protect the Arc. Let's use an old refinery transport. That's what they're built for. Those beasts got some Energon like this near tomorrow. There is no tomorrow if we don't get that Energon. Besides, it's got the firepower we'll need to repel a Decepticon attack. Make it happen. Load it up! Let's hit the roll before the Decepticons get antsy. Yes, sir!